Ein paar Impressionen an der Innerste hier. Wie gesagt, es ist ein herrlicher Tag. Nur die Herbstfarben, die wollen dieses Jahr nicht so richtig rauskommen. Schade. Das Wasser ist ganz klar. Man kann echt auf den Grund schauen. Ach, und hinten am Liebesgrund habe ich doch tatsächlich eine alte Waschmaschine gesehen. Die haben sie da entsorgt. Ich sage ja, jetzt ist was los hier bei uns in der Welt. Einen schönen Sonntag. Oktober-Sontag. Um 2G statt formation. gård am hohe지 donut. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020